Zu fünft kommen die Räuber zum Haus des 77-jährigen Rentners. Es liegt abgelegen in einem Waldstück bei Sittensen. Die Räuber haben leichtes Spiel. Sie überwältigen den Rentner, als er gegen 22 Uhr kurz vor die Tür geht. Fünf Personen, vermutlich maskiert, haben diesen Rentner überfallen, haben ihn in die Wohnung gedrängt, haben die Herausgabe seines Portemonnaies verlangt. Dem ist er nachgekommen. Danach durchsuchen sie die Wohnung und wollen einen Tresor knacken. Dabei wird Alarm ausgelöst. Die Männer wollen flüchten. Doch der Rentner hat als Jäger einen Waffenschein. Er kann seine Pistole greifen und erschießt einen der Räuber. Es ist ein 16-jähriger albanischer Herkunft. Der Polizei ist er als Intensivtäter bekannt, hat schon eine Reihe von Raubzügen unternommen. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen auch, ob dieser Raub mit einem anderen Überfallen der Region zusammenhängt. Am Samstag wurde ein Ehepaar in seinem Haus in Oldendorf überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Der 50-jährige Mann starb dabei. Die Täter nahmen Geldkarten mit, hoben mehrere tausend Euro ab und verschwanden. Die Menschen in der Region hat der brutale Überfall schockiert. Der 77-jährige Rentner stand sicherlich unter den Eindrücken dieses Überfalls. Und deswegen müssen wir allein deshalb schon berücksichtigen, dass er vermutlich auch deshalb geschossen hat, weil er sich in akuter Angst befand. Er wird im Moment auch von der Polizei betreut. Die Polizei fahndet nach den 24- bis 30-jährigen Männern. Sie stammen vermutlich aus Südosteuropa, sprechen schlecht Deutsch und flüchteten offenbar mit einem Auto. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017